Gegrillte Steaks Im Steakhouse Buenos Aires können Sie der Zubereitung Ihrer gewählten Speisen zusehen, bevor sie serviert werden. Nur bestes Fleisch von argentinischen Rindern wandert dabei auf den Grill. Neben Steaks ist das Restaurant auch für die vielen verschiedenen mexikanischen und argentinischen Spezialitäten sowie die zahlreichen Salatvariationen und Suppen bekannt. Im liebevoll eingerichteten Lokal herrscht ein gemütliches, rustikales Ambiente und auch der Vorgarten lädt im Sommer, zum Beispiel bei einem Cocktail, zum Verweilen ein.